was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag kanal zuschauer und abonnieren wir spielen heute den ls 22 22 frontiers projekt zusammen heute mit dem mcmanus christian und dann hallo hab das team gewechselt was er endlich eingesehen dass die wässer ja nein aber wäre dass du wenigstens ein bisschen dran bleibst das macht alles keinen sinn deswegen möchte ich dir einen wunderschönen unfassbar tollen deutsch top liner verkaufen und ich sehe dich da drin ich sehe dich da drin das ist ein drecher der passt zu dir optisch innerlich jetzt in seinem anwendungs- und nutzungszweck einfach eine 1 plus und nur heute wenn du jetzt zuschlägst vollgetankt ja das sind wir gehen deswegen geht man tausende rein auf ganz entspannt ok ja also pass auf das ganze gespann kost 160 k und ist fast voller wartung 80 k das ist natürlich als natürlich schon dass er die hälfte da die hälfte alter der krieg im shop mehr ehrlich zu sein brauche ich gar nicht aber jetzt mal ohne mist wie wirst du das machen mal später also wirklich jetzt nur mal rein interesse halber gefragt ohne drecher also pass auf ich würde ich hatte mir so gedacht zu 105.000 ich würde dir aber also also für alles komplett schneidwerkswagen kriegse geschenkt weil der kosten tausende so aber ich hätte halt gedacht also 100.000 oder 99.000 weiß besser klingt als für 99 gab 62.000 euro gespart zur neu anschaffen aber ich brauche kein wirklich nicht ehrlich nicht nein ja gut also wenn du kein ausland ist ja das ist wirklich super angebot also für 95 kann man da echt nix sagen also 99 wollte ich eigentlich sagen das ist leider nicht hallo habt ihr ein drecher ja okay darf ich fragen habt ihr den gemietet oder habt ihr einen eigenen besitz ein wir haben einen besitz ich habe wahrscheinlich gekauft logisch okay was habt ihr verein großen und wie zufrieden seid ihr mit dem großen sehr zufrieden ich sag mal was hat dann für einen ich kann ja nachgucken aber wir überlegenheiten auch gerade wegen drecher und so ja du hast auch ein exeklo geholt ja und deswegen haben wir einen zu verkaufen und ich wollte fragen ob ihr einen habt und eventuell an den günstigen übernahmepreis interesse habt aber an dem hast du denn zu verkaufen den toplein auf den kleinen dolz die toplein naja ja 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 nein wenn ihr größeren habt um gottes willen ist es hätte ja nur sein können ihr habt keinen und würdet euch ganz gerne erst mal günstig einen snacken weil der ist ja für die feldgrößen nicht sofort ja gesagt weil der ist ja für die feldgrößen erstmal eigentlich optimal definitiv aber nee danke da haben einen größeren das kein problem als die letzten also die bitte den drecher einmal ausleeren zurücksetzen die für sie will warum auch immer keinen kaufen der will gar kein brecher warum weiß ich nicht und keuler hat irgendwie einen drecher aber so richtig kann ich jetzt auch nicht sagen was für einen oder ob der gemietet ist oder nicht malo hat doch den vom auftrag sich gesnackt den drecher ich meine natürlich können sie den jetzt auch im gebrauchtmarkt snacken am ende ist ja klar wenn wir den verkaufen aber leute was soll man den jetzt hier auf die bank stellen wird ja nur weniger wert dann holen sie sich halt im gebrauchtmarkt für 80.000 ist halt so verrückt jetzt bis schneller big mac hatte ich eigentlich nach deiner meinung frage ich sag mal bescheid wenn zurückgesetzt ist alle hat nur keule kölner den kleinsten holland der schneidwerkswagen bitte auch schnell über die garage steinwerdwerke das nicht verkaufen hast du mark hat sich bitte schon mal anfangen mit der feldbestellung auf dem feld wo wir gerne ernten ja was machen wir denn naja eigentlich theoretisch ist es halt blöd irgendwie aber theoretisch müssen wir immer wieder dasselbe anbauen ich will schon der schneidwerkswagen weiß ich nicht auf der betonplatte glaube ich oder so also ich würde schon gerne die fruchtfolge irgendwie beachten und so ein bisschen machen aber es macht halt leider überhaupt keinen sinn stroh ablage an die straublage an ist glaube ich bei so gut ach doch nie so nie höchstermachter kein stroh fangen wir mit dünner an guck mal im kalten oder irgendwas gebraucht wird wo ist das schneidwerk hin steht mitten auf dem feld ich habe das doch zurück gesetzt suchen wir es halt noch mal jetzt weg jep ah da ist es hohohoho Junge ist das ein Oschi hohohoho das schneidwerks von ganz aller Planeten da hat sich Milo aber mal ein Mähwerk gegönnt wieso? wir haben sich das Kongs Gilde da das auf dem Fahrwerk gegönnt Mähwerk? ja 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 kann ja sein alter ja wir machen hier wieder hörste drauf wir machen wir knallen immer wieder dieselbe frucht drauf sag ich das geht wegen dem bodenausgleich nicht das könnte sogar mit dem Rohr klappen das könnte sogar mit dem Rohr klappen Leute also mit 10 km mal ernten funktioniert auch wunderbar passt gott da haben wir aber zugeschlagen hast du alles zurückgesetzt? ja dann ich leg grad auf hängt zusammen und fahrs in die in den Verkaufsträger in den Verkaufsträger perfekt genau Mehlproduktion leer gemacht das ist alle ich fahr das mal direkt rüber ja ja und bitte mal schauen ob die Mühle ob sich die Paletten dort stapeln vorher waren es mal zwei Paletten die da standen ja ey das Rohr geht sogar zum ab also gerade so zum abtanken ohne dass wir anhalten müssen da hat sogar das lange Rohr dran krass das hätte ich nicht gedacht ich dachte mit dem abtanken gibt es ein paar probleme aber gar nicht äh haben wir nicht noch was im Silo schau warte mal alles verkauft wenn dann nur 2000 oder sowas 2400 das können wir mal bitte 100k haben wir gekriegt? oh noi mit Schneidwerk und Schneidwerkswagen was haben wir dann effektiv bezahlt? naja wir haben 150 220 haben wir bezahlt also 120 aber für einen größeren Drescher und mega Schneidwerk ja absolut warum sehen die Brotpaletten unterschiedlich aus? äh ich hab tatsächlich Brotpaletten dazwischen gezogen zuerst mal warte mal ist das Mehl? ja einfach zieht einfach die Paletten darüber und fang dich an da rum zu sortieren das macht da keinen Sinn jetzt ja nein ich hab mich nur gewundert also das hat zwei verschiedene Paletten sollten wir müssen hier die Felder bestellen das Jungs ich muss tierisch auf hat der eine ist die Zwillingsbereifung Pflege? nein ne ne mittlerweile ganz schön wild aus hier naja die Paletten die gehen wir dann verkaufen boah das ist mal eine Arbeitsbreite ist das lecker ist das lecker sehr gut der hat sich gelohnt heute gar nicht erfahren ob die Rüben reichen was? was die Rüben reichen? na wir werden es heute nicht erfahren ob die Rüben reichen ne Mark das wird leider noch nichts das werden wir auch morgen nicht erfahren also im nächsten Monat meine ich weil die Rüben lassen sich so unfassbar hat Zeit das ist nicht in Worte zu fassen wie gesagt ihr könnt die 21 bestellen lasst uns stehen alles gut lasst uns stehen genau die 21 neu bestellen und dann hier gleich bestellen passt bitte wenn ihr die Hälfte von dem Feld hier bestellt unnormal krass auf dass wir keine Rüben kaputt fahren weil wir hier halt so Dings an Dings sind ne dann lasst lieber so einen kleinen Mini Streifen da zwischendrin übrig aber wir dürfen auf keinen Fall Rüben kaputt fahren da kriegt man könnte man im Nachhinein Probleme kriegen äh fällt er weiter mit dem Flug? nö ja hat man ja auch schon drüber nachgedacht die Felder zu erweitern mit dem Flug oh wie es rausgerieselt kommt das sieht einfach so unfassbar gut aus nur beim Rückwärtsfahren hat er sich also mit mit Schneidwerk an rückwärts fahren da schläft er fast ein aber ansonsten trifft er mit 10 kmh kann man sich nicht beschweren sehr gut was wenn wir nix zu tun haben René was hast du geschrieben hast du grad ne Reihe Rüben kaputt oder sieht das nur so aus? ne Rüben hab ich eigentlich nix kaputt gemacht wie ein neuer Drescher gebraucht mag richtig ok gönnt mit dem Flug die Betonplatten umflügen das ist nicht zulässig leider wo steht das denn? also ist das tatsächlich verboten? ja ja das ist tatsächlich also auf den Betonflächen darf nur gebaut werden darf sie nicht für Acker nutzen ah stimmt das wurde tatsächlich auch gesagt ja ja ich habe übrigens auch die Regeln auf der Webseite mal aktualisiert weil die immer noch dem entsprachen was wir ursprünglich mal rausgehauen haben ach ja super sehr gut danke Marc es gibt natürlich so ein Regelwerk was wir intern weitergeführt haben aber es ist sicherlich für jeden interessant ja ähm willst du erstmal hier ansehen? die 21? ist mir völlig latter natürlich auch machen habe ich nämlich jetzt schon einmal angedüngt dann fahre ich gleich mit der Walze hinterher ja die 1 Sogum hier sind drüber oder? ja ja wir knallen wieder Sogum drauf wir machen jetzt einfach immer dieselbe Dings ist zwar doof aber ist halt für uns challenge technisch einfach besser oder? ich weiß nicht haben wir noch den Plan irgendwo? ja dann sag mal was die 21 und 20 da auf dem Plan beinhaltet ich muss kurz aufrufen ich muss kurz aufrufen warte äh die Gerste steht hier für 21, 22 ne dann knall die Gäste drauf und die 20 Sorgumherse ne dann knall die Gäste drauf 21 Gäste ja dann 21 Gäste dann knall die Gäste drauf Kalk brauchst du nicht Kalk brauchst du nicht ne ne das Feld kann direkt bestellt werden ich hab jetzt hier 3 Waren gezogen ne und bin fertig mit der 20 mit der Hälfte da Gäste bringt am wenigsten ja aber wir müssen halt die Mühle voll auslasten darum geht's es geht halt darum die Mühle voll auszulasten und Gäste hat ja dafür einen hohen Ertrag das dürft ihr halt nicht vergessen die bringt zwar weniger hat aber einen hohen Ertrag und wenn wir die Mühle mit allen 4 Früchten auslasten dann überschlägt sich die Mehlproduktion das Gras ist halt das Gras ist halt dass wir tatsächlich wenn wir jetzt das das äh waren wir mit Bäumen durch oder stand dort noch was äh ein paar einzelne stehen da noch die können wir ja noch abgrasen falls wir wieder jetzt hier erstmal leer laufen oder mit der Arbeit setzt du direkt über auf die 22? gleich ja ich hole jetzt hier noch die letzten Streifen und dann setze ich über ja genau das hatte ich so gedacht aber bitte einmal leer machen weil äh die 22 Raps ist äh die 22 Raps ist ja ja du musst einmal der machen da ist ein kleiner Baum den wegrauen kannst vielleicht ne geht nicht so so dann einmal abtanken bitte ist das ein ein Teller oder? und guck mal das ist sogar ein Schneidwerk ähm das habe ich bei New Holland auf den Crater Days gefahren und zwar ist das ein Schneidwerk von einem mit äh Förderbändern sehr sehr interessant siehst du das? das hat hier voller Förderbänder drin ja das hat das schon immer im LS äh ja das ist halt Case Baudi ja ne oder nicht Case Baudi ach nicht Case Baudi ach nicht Case Baudi ja ach das ist so Markenbrand nur wer bauten die? wie heißen die? fahr mal bitte den Trecker da weg ach jetzt weiß ich warum du da das Ding auch klappst glaube ich weiß wenn du meinst mir fällt was Name auch nicht ein Macdon Macdon genau Macdon baut diese Schneidwerke und dann machen die halt verschiedene Markenprinzen ne dann steht halt Case drauf oder New Holland drauf oder so und äh das ist tatsächlich ziemlich cool weil sozusagen ähm beim Drechen also wenn du drichst ach ich hab schon wieder Speicherlacks wie Sau wenn du drichst fällt das quasi einfach um aufs äh Band und wird quasi gerade ähm nach vorne transportiert und dann ziehen diese zwei Querbänder quasi das gerade rein es ist ja so wenn du so ein so ne äh so ne Spindel hast so ne Welle hast kommt das ja eigentlich alles durcheinander an da vorne ne und bei ja klar und so ist schön gerade bei diesen Bändern kommt das halt immer mit dem Kopf voraus sozusagen also so ist die Idee dass der Kopf voraus in den Drecher rein geht und du dadurch einen viel besseren Gutfluss hast weil ein viel schöner ausgedroschen wird genau und das ist halt tatsächlich so also das ist ich bin das so ein Schneidwerk hier bin ich gefahren auf den New Holland Creator Days ist äh Schnecke genau die Schnecke äh ist äh tatsächlich sehr interessant also war sehr sehr cool war eine Erfahrung wert muss man einfach so sagen hat sehr viel Spaß gemacht jo jo das war eine kleine Anekdote hier so jetzt müssen wir mal gucken was die Mehlfabrik sagt die Brot die Bäckereien wenigstens ein paar Brotpaletten rausgehauen boah das Rapsfett schmeckt aber auch von der Größe muss ich ehrlich zu sagen was sollen auf die 22 auch Gerste nähe oder? ja uff da würde ich aber vielleicht was anders drauf machen erstmal lese nur die Liste vor ja ja ne klar das passt die Bäckereien bis die Brot bringen ey das ist einfach eine Katastrophe sieben Paletten Brot haben wir gerade mal wir müssen wirklich wir sollten das Mehl verkaufen am Ende was war das denn? jubi rein in den Raps achso ne geht ja nicht was denn? ich weiß nicht wie ich es sagen soll Marc das ist auch gar nicht lustig ja dann ne komm du wirst es früher später einfach sehen und dann du bist voll in die Rüben reingedonnert ich weiß aber nach wie brauche ich die brauche ich gar nicht brauche ich gar nicht drüber nachdenken das weiß ich weiß ich direkt dass du voll in die Rüben gedonnert bist ach Jungs was soll ich sagen es geht kein Stroh bei Raps und bei Hösse auch nicht hat sie sich ne Ölfabrik hat er ne Ölfabrik echt jetzt? wüsste ich nicht aber kann man fragen ach der Manus hallo eine Minute hast du ne Ölfabrik ne ne nein schon gesagt du hast ne Ölfabrik er hat was gesagt bist du schauer ne ich hab keine Ölfabrik nein ok gut hallo habt ihr ne Ölfabrik was haben wir? ne Ölfabrik nö hallo habt ihr ne Ölfabrik ne ah schade wie läuft die äh wie läuft die Mehlproduktion gut macht ihr Ding ja ja da bin ich ja froh dass meine Lakaien das ausgerechnet haben für euch war ja ja das meinte er ja damit Dominik das war sehr nett das hat mich tatsächlich innerlich verletzt doch da kann ich nicht leben das weiß ich sind ja eine neue Felder glaube ich hätte ich gesagt das geht ja easy ja Tieter Pralinschen moin moin äh was was mit neuen Felder ne ach lass uns das Thema wechseln mag würdest du bitte aufhören unsere Zuckerrüben kaputt zu fahren mag ja würdest du bitte einfach aufhören unsere Zuckerrüben kaputt zu fahren